Hallo, schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge, und danke fürs Einschalten natürlich, in der letzten Folge habe ich den grausigen Clown, ich weiß nicht mal mehr, wie er genau heißt, den Clown jedenfalls, beinahe, das war auch super knapp. Ich komme gerade aus der Dark Souls-Aufnahme. Und da habe ich einen Boss fast First-Try gelegt, auch super knapp. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Clown easy erlegen kann. Ich muss mich kurz ein bisschen umstellen. Aber geht. Steuerung ist noch drin. Mal gucken, ob ich das Timing gleich noch habe. Sind jetzt dann doch... Oh, ich weiß es gar nicht. Sind doch einige Tage vergangen. Seit meinem Killer-Clown-Versuch, seit dem letzten. Ah, die Kugel ist wieder weg. Okay. Ja, kommt ihr mal. Oh, das ist so mies, dass man hier so lange warten muss. Aber jetzt ist es zu spät, um hochzurennen. Einfach abwarten in dem Fall. Elektro macht ihm gut Schaden, dem Killer-Clown. Wahnsinnige Clown-Puppe, so heißt er, glaube ich. Verrückte Clown-Puppe. Da haben wir es doch. Jetzt geht er wieder zurück. Ernsthaft? Okay, ich bin leicht verwirrt. Geht er wieder nach oben? Ganz nach oben? Nee, er kommt wieder. Oder auch nicht. KI kaputt. Ja, jetzt kommt er. Guck mal. Jetzt kommt er. Sogar relativ zügig. Ja, den kleinen Soldaten, den wollen wir nicht. Okay, jetzt dreht er wieder um. Jungs? Jungs? Okay. zu spät wie viele tries bisher bei dem viele sehr sehr viele ich weiß nicht was da oben kommt nicht höher gehen nein 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 ach komm schon das wäre auch mal was in diesen spielen wenn die für jeden boss und counter irgendwie einzählen einführen würden starker versuch ja für heute heute den ersten versuch war das absolut okay ja hinten raus habe ich dann ein bisschen gepanickt da habe ich Panik bekommen tatsächlich gerade nachdem die Hälfte down war habe ich einfach Panik gekriegt ja Leute, chillt mal einen Moment. Aua. Oh, oh. Schleicht. Nein. Nein. Diese dämliche Klauenpuppe. Diese grausame, grausame Klauenpuppe. Der schlimmste Gegner in diesem Spiel bisher. Für mich darf... Was ist das? Tot beş. Tot das. Töten. 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 Was ist das? Nee, ist nicht cool gerade, ist nicht cool. So, war wichtig, dass ich das Ergo geholt habe. Was will er denn jetzt hier eigentlich? Lass mal dein Kumpel kommen. Ja, so. Ja, so. Missed. Mann. 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 Das war's. Endlich. Endlich. So, jetzt nur keinen Scheiß bauen. Kann ich mich jetzt... Ist er jetzt weg, wenn ich zur... zur... zum Stargazer gehe? Weil diese Bombentypen... Ich hab keine Heilung. Boah. Ich probier... Ja, komm, ich probier mal. Ich probier's. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Scheiße. Nope. Nein, was? Wo kam jetzt diese Bombe wieder her? Von da hinten oben hat der auf mich geworfen. Der spawnt nicht mehr alles mit Boss-Lebensbalken. Okay. Na gut. Dann müsste ja jetzt... Dann müsste ich ja jetzt... Gut. Endlich Fortschritt machen. Ey, diese Bombe von dieser einen Puppe gerade, ne? Fliegt einfach so fünf Sekunden durch die Luft. Ich seh keinen Wurf und nix. Und denk, ja, ja, da kommt jetzt nix mehr. Dreh mich um. Auf einmal... Donk. Ah, so typisch für diese Spiele, ne? Oh, man. Oh, man. Ist die Kugel auch weg? Ja, okay. Sieht alles gut aus. Hallo? Kommt ihr bitte. Hey. Okay, okay. Ich bleib irgendwo hängen. Okay, 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 okay. Alles klar. Okay. Ich bin am Bordstein hängen geblieben. Ich bin am Bordstein hängen geblieben. Dieser Bereich. Dieses Level. Oh, man. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will diese Puppe hier nicht mehr sehen. Ich will ihn nicht mehr an die Tür klopfen sehen. Ich will ihn nicht mehr vor der Treppe warten sehen. Ich habe keine Lust mehr, dass ich den hier killen muss und danach Angst habe, dass der rechts kommt und ihn deswegen auch noch killen muss. Hier, genau das nämlich. Der Kollege, der jetzt gleich kommt, der die Kutsche seit Stunden zündet er die Kutsche an. Immer wieder und immer noch und immer noch zündet er die Kutschen an. Immerhin kommt keine Kugel mehr gerollt. Die beiden Boys, die auf mich zuwackeln, sobald ich hier rauflaufe. So, kommt ihr jetzt bitte bis hier runter. Das wäre... Okay, sie kommen nicht bis hier her. Wahrscheinlich, weil die Sachen hier im Weg stehen, die normalerweise von der Kugel zerstört werden. Das wäre so, dass ich hier in der Kugel zerstört bin. ich habe an visieren gedrückt okay jungs ganz ehrlich das ist doch man ich drücke an visieren und ich habe den gegner ich weiß nicht im blickfeld aber die kamera dreht sich einfach um 180 grad und man guckt in die andere richtung und jetzt ist die clown puppe kaputt jetzt ärgern mich die anderen jetzt ärgern mich die anderen wie oft ich hier schon durchgelaufen bin und selber ich 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 Oh. endlich endlich bin ich durch so stargazer bitte mei oh mei oh mei oh mei oh mei oh mei ah ja sehr gut okay Alle, die bis hierher drangeblieben sind, Dankeschön, dass ihr mich begleitet habt. So. Der Baum hängt voller glänzender Münzen. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich mit diesem Baumzeug anfangen soll, aber... Mei. Hier, mal gucken, ob es jetzt heute besser ist. Das letzte Mal hatte ich hier Legs. Nur hier, nur ein Hotel Grat, ansonsten nirgends. Jetzt muss ich erst mal Waffe verbessern. Ja, guck mal. Ich finde die super, deswegen gehen wir auf die nicht genügend Materialien. Oh, jetzt brauche ich Halbmondsteine. Dann werde ich hier mal noch hochgehen. Einfach nur aus dem... Weil ich die ganz cool fand. Okay, Halbmondstein. Okay, das passt schon. Habe ich hier irgendwas? Ne, ne? Modifizieren, herstellen. Ne, zum Herstellen. Doch. Ausverkauft. Du kannst das nicht mehr kaufen. Aber warum? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, warte. Ägis kann, glaube ich, schwere Angriffe. Aber das macht keinen Sinn. Ne, komm. Keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht, warum ich da nicht upgraden darf. Ähm. Ja, dann. Ne, Moment. Erst mal zum Baum. Die Dinger holen. Oh, wo war denn der noch mal? Hier? Ne, das war Rosa-Isabella-Straße. Da drüben. Da drüben? Ne. Doch. Oder? Ne. Hä? Wo war denn dieser Baum? War der hier? Eigentlich dachte ich, der Baum wäre hier. Aber hier ist doch Rosa-Isabella-Straße, oder? Jaja, hier lade ich jetzt in ein neues Gebiet rein. Das war Quatsch. Ja, der Baum ist doch jetzt doof. Ja, das ist Blödsinn. Ra, wieder rein mit dir. Zwei Ladescreens. Perfekt. Ja, ist gut. Hilf mir einer kurz. Wo steht der Baum? Hilft mir, helft mir bitte kurz, damit ich nicht ewig jetzt hier alleine suchen muss. Bei Lies of P sehe ich das nicht ganz so wild wie bei Dark Souls. Neben, ja, ich bin, okay, dann gegenüber wahrscheinlich. Aber da stehen doch Kisten davor. Ja. Ach, hier geht's noch ums Eck. Ah. Ja, hier ist er doch. Okay. Äh, weiter. Goldmünzenfrucht. Und die wollte ja der Boy hier haben. Ich weiß immer noch nicht, was ich, was ich bei von ihm bekomme. Stalker, bitte. Wenn du ein Gold wählst, ach so, genau, doch, er hat diesen, diesen, dieses Zeug. Nee, jetzt habe ich einen zu viel ausgegeben. Und jetzt kann ich den wieder benutzen, ne? Sonst kann ich den nicht benutzen, wenn ich das Zeug nicht habe. Ja, ja, genau. Der Würfel verkauft den F. Ja, 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 ja. Da bin ich mittlerweile auch dahinter gestiegen. Das war am Anfang ein bisschen verwirrend, da habe ich es nicht verstanden. Äh, ja, mit dir. Ich ruf einen Aufstieg. Äh, ja, gehen wir nochmal auf 25. 25, 25 und jeweils 24. Nee, das brauche ich nicht wissen. So. Also, weiter im Text. In dem Opernhaus, in dem Dach, saß da der Typ drin? Nee, ne? Der saß woanders. Der war, glaube ich, in so einer Sternwarte oder sowas. Der in der Cutscene nach dem dritten Boss. Und jetzt gehe ich ins Opernhaus, weil einfach mal Rosa-Isabella-Straße aufräumen. Weil das das schlimmste Gebiet von allen sei. jetzt kriege ich Elektro-Blitz-Schleifen mit leer. Danke. Spezial-Widerstands-Ampulle. Okay. Äh, ja. Gut. Andere Seite. Also, ab ins Opernhaus. Schauen wir mal, was heute läuft. Vielleicht können wir uns ja eine Vorstellung anschauen. Eventuell sinkt ja eine Diva. Hallo. 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 Oh, hi. Wer bist du denn? Ein Kind. Ähm. Ach, du bist wieder so eine ganz flinke Lady. Eine kleine Ballerina. Sichel-Mondstein. Läuft. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Du gehst auch nur von der anderen Seite auf. Ähm. Bin leicht verwirrt. Ich bin minimal verwirrt, Leute. Mann, ey. Okay. Aus irgendeinem Grund waren die da oben an Fäden und haben weniger... Haben kein Ding genommen. Kein, äh... Aha. What the fuck? Die kriegen keinen Stun. Okay. Die kriegen keinen Stun, wenn die an Fäden hängen. Wilde Sache. Stürung Kartusche. Boah. Geil. Das gefällt mir, was ich da unten sehe. Stürung Kartusche. Stürung Kartusche. Das ist traurig. Ich bin froh. Ich bin froh von ihm. Er sagte, dieses Ort war eine Schutz. Patricia. Ich bin so sorry. Ähm. Ich bin so sorry. Ich habe schon eine Patricia. Ich habe schon eine Früchte. Okay. Ist das alles? Ja. Okay. Ähm. Oh, Patricia. gut. Gut. War hier nicht auch noch eine Tür? Die geht nicht auf, okay. Arme Lady. Ja, ich hätte jetzt gerne... Ich hätte gerne gesagt, wo es weiter geht. Aber ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich muss... Hä? Ist hier irgendwo ein Durchgang oder so? Nö. Na, du singst doch noch ganz gut. Hast doch. Ha. Ich wäre jetzt... Ich war jetzt der festen Überzeugung, dass es hier lang weiter geht. Da ist zu. Okay, dann habe ich einfach die falsche Richtung gewählt. Kommt mal weg von eurer... Von eurer... Spinne da oben. Damit ich euch leichter killen kann. Okay. Gut, geht auch so. Ja, also, um auf die... Auf den Kommentar noch einzugehen. Ich muss echt sagen, mir gefällt das hier auch. What? Okay. Der Soundtrack erinnert mich ein bisschen an die Bücherei aus Dark Souls 1. Oder die Bibliothek. Oder wie das hier der... Vom... Vom nackten Drachen. Wer ist denn der? Der nackte Drache. Störung tritt auf, wenn sich Störungsschaden aufbaut. Wenn sich die Störungsschadenanzeige vollständig füllt, stirbt dein Charakter. What? Okay. Reinigungsampulle verwenden. Alles klar. Seth, genau. Oder Seat oder Seath. Wie auch immer. Genau. So wirkt das hier von der Musikstimmung und so ein bisschen jedenfalls. Verdammte Axt! Ohne Scheiß, ne? Das ist schon hart. Aua, aua, ne, ne. Warte. Warte, ne, warte. Warte. Ach, fuck auf, man. Ja, scheiß auf dich. Ich renne an denen jetzt vorbei. Ich wollte noch nach oben gucken, um zu schauen, aber ich glaube, da war auch kein Loot mehr. Alter, der Störungsschaden ist doch assi. Ich glaube, das brauche ich. Das ist heftig. Insta-Death. Nochmal eine Anzeige mehr, auf die man achten muss. Ja, wobei ich die halt easy gekillt hab, wenn die hierher kommen. Wenn die da runterkommen oder ein bisschen weg von ihrer Mama, dann kille ich die ja recht easy. Und wenn sie alleine sind, ja dann sowieso. So, Mensch. 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 Ja, ne, ist klar Ist klar Das sind drei Oh, wisst ihr was, ey Eigentlich hab ich keine Lust auf euch Eigentlich hab ich einfach keine Lust auf euch Ist hier hinten noch irgendwie ein Durchgang oder so Kann ich hier was aufmachen? Nö Ist hier was? Nö, auch nicht Oh, Gott Aua Oh, Gott Okay, 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 okay Ein Tresor, super Klinge der explodierenden Spitzhacke What? Uh Oh, sehr langsam Oh, hi 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 Das ist doch irgendwie cool Oh, und dann macht sie Feuerschaden Das ist ja auch geil, Alter Wenn die aktiviert ist Okay Okay Das ist auch von der anderen Seite Na ja Ah ja, guck mal Gut 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 Gut, 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 gut Also Boss Bosskampf 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 Gerade den Clown besiegt Und schon beim nächsten Bosskampf So kann's gehen So kann's gehen Na, da liegt ja noch was Und ein bisschen Storytime Und ein bisschen Storytime ist hier auch noch Zu Ehren der glücklichsten Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit Ich vermisse dich immer noch, Kami G, G G, G GG Bosskampf Bosskampf Können wir das lassen? So Bin gespannt Oh Gott Das sieht irgendwie nicht spaßig aus, ehrlich gesagt Hey, da ist ja der Pinocchio Oh Gott Oh Gott zum teufel was passiert hier ok holy moly ach komm der wollte doch nur fröhlich, freundlich sein. Hahaha. Puppenkönig. Okay. Mal schauen, was der so drauf hat. Okay. Ja, okay. Ich hab verstanden. Ah, da kommt noch ein zweiter. Den muss ich mir merken. Was ist das? Holy, was war das? Okay. Okay. Äh, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Näher an ihn hin vielleicht? Ey, komm, warum hab ich jetzt das Timing nicht mehr? Warum hab ich jetzt das Timing nicht mehr? Ich hab ihn halb gekillt und dann hab ich plötzlich das Timing nicht mehr. Hahaha. Das sah schon gut aus. Ja, absolut. Ich hab die ersten paar Minuten des Kampfes eigentlich nichts getan, außer irgendwie versucht zu blocken. Ich hab dich ... Das war's für heute. Das war's. Oh, was? Okay. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Lass mal bitte. Mach mal nicht. Aua. Ey, ich hab das Timing nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was er hier tut und was er macht in der zweiten Phase. Und ich weiß auch nicht, wo ich zum Ausweichen hin soll, teilweise hier bei den Attacken. Ah, und dann kommt noch eins nach. Super nervig. Alter, was ist das hier? Ich hab das Timing nicht. Oh, Mann. Gut, also wütend. Wenn er wütend wird, ist es übel. Die erste Phase ist ja, das ist ja Kindergarten hier. Die erste Phase ist wirklich super easy. Aber die zweite, da ist schon wieder so ein Off-Timing drin. Das ist bei dem Spiel hier teilweise echt gerne. Kommen dann Attacken später, als man sie erwartet. Die zweite Phase ist wirklich super easy. Ich weiß nicht, wo ich hier hin ausweichen soll. oder was auch immer. Dass man mich da zweimal trifft, ist auch gemein, ey. Dass er mich da zweimal trifft, ist so mies. Weil das kann ich ja gar nicht perfekt blocken. Ich kann ja gar nicht so schnell. Fuck off, ey. Das ist, das ist ein Scheiß. Ich find's so geil, wie in diesem Spiel die Bosse einen dann immer noch taunten, wenn sie gewonnen haben. Ey, das ist, das ist echt gut gemacht. Machen die sich am Ende noch überein lustig, ey. Wahnsinn. Sah auch schon wieder sehr, sehr gut aus gerade. Ich will eigentlich durch deine Beine durch. Na gut, dann nicht. Ich will eigentlich nicht. Okay, also bei diesem Drehding muss ich... Ist wieder dieses Off-Timing und dann zweimal. Scheiße, wenn er sich auf mich draufwirft, macht er zweimal irgendwas. Und da auch zweimal, bam, bam. Was passiert jetzt? Ja, dagegen kann ich nichts machen, keine Ahnung. Ah, scheiße, das war, glaube ich, eine dumme Idee jetzt. Ja. Da war Ende der Arena und ich habe jetzt diesen Stein verschwendet. Ah, shit, den müsste ich am Anfang reinmachen. Den Stein. Mist. Vollverquast. Vollverschwendet den guten Stein. Habe ich gemacht, weil es hinten raus immer so knapp ist. Habe ich gedacht, komm, jetzt habe ich keine Heilung mehr, jetzt benutze ich es. Aber war eine dumme Idee. Weil ich jetzt nicht noch mal, hätte ich aber auch nicht mal gut bin. So konnte ich nicht jetzt sagen, ich war es. Ich hab nur eine dumme Idee, aber es ging hin. Es war nicht gemelde. Ich finde mich nicht so knapp ist, es gibt einen 5000-Warschänden. Und dann, ich habe das tough, dass ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr so knapp sein. Ich bin jetzt nicht mehr so knapp sein. Ich habe mich aber versucht, dass ich mich einfach zu, dass ich mich ja mal nicht. Ich bin ja dann bin, wenn ich sie gut fühle mich. Das war's. Das war's. Ich check's einfach nicht, was da kommt. Das sieht so komisch aus, alles. Immer off-Timing. Die ganze Zeit. Und dann zweimal, ey. Das ist so mies. Ah, ich hab schon wieder verschwendet den Dinger. Schon wieder den Dinger verschwendet. Oh, die zweite Phase von ihm, die macht mich fertig. Die zweite Phase macht mich richtig fertig von ihm. Oh, die zweite Phase von ihm. Jetzt macht das oft. Nice. Ist das gar kein Heilungsding, was ich gekauft hab? Stehe ich nicht. Scheiße. Scheiße. Boah. Dieses Off-Timing hier. Ständig. Und dann zweimal hintereinander. Ah. Ah. immer noch nicht. Ich hab das Gefühl, die zweite Phase muss ich... irgendwie lucky sein. ...irgendwie lucky sein. Knapp jedes Mal. Jedes Mal knapp. Ja, absolut. Ah. Aber das ist, das reicht für eine Folge, falls jemand auf Twitch zugeschaltet hat. Bleibt dran, es geht gleich weiter, aber YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.